Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Am Sonntag ist Muttertag und ich habe mir da was Besonderes für euch überlegt. Und das hier soll quasi das Ankündigungsvideo und gleichzeitig auch das Verlosungsvideo dafür sein. Und zwar gibt es drei verschiedene Aktionen. Und die erste Aktion, das habe ich in diesem Jahr schon mal gemacht und das kam so, so, so gut an. Achtung ist WhatsApp exklusiv. Das heißt, wenn ihr da mitmachen möchtet, teilnehmen möchtet, müsstet ihr euch noch für meinen WhatsApp-Coaching-Input anmelden. Das ist kostenlos, den Link findet ihr unten in der Infobox. Und da bekommt ihr dann immer mal wieder von mir eine Sprachnachricht. Ist auch keine Gruppe oder so, ihr bekommt das jeder separat. Eine Sprachnachricht von mir mit Gedankenanstößen, mit Übungen. Ich gehe da auch auf Nachrichten, die ich von euch bekommen habe, natürlich anonym ein. Genau. Und dort werde ich am Sonntag elf Karten verlosen. Das habe ich schon mal gemacht, das kam so, so gut an. Und zwar habe ich diesmal besondere Karten genommen. Die sehen zum einen sehr, sehr schön aus. Zum anderen enthalten die alle Übungen, die ungefähr so 15 Minuten dauern. Das ist, und der Titel der Karten ist auch, die tägliche Viertelstunde für mehr Lebensbalance. Und da sind halt verschiedene Übungen, zum Beispiel die Entscheidungshilfe, der Angst ins Gesicht schauen, steinreich heißt hier eine Übung oder immer der Lust entlang. Und die dauern so 15 Minuten. Und da habe ich halt elf Stück für euch rausgesucht. Und da bekommt ihr noch einen schönen Brief von mir persönlich für euch dazu. Und das verlose ich, wie gesagt, am Sonntag, am Muttertag, bei WhatsApp. Das heißt, wenn ihr da teilen möchtet, dann meldet euch jetzt dort noch an, damit ihr da Sonntag das nicht verpasst. Und dann bekommt ihr, wie gesagt, im Laufe der nächsten Woche von mir einen Brief mit einer, so einer Karte und einem Brief von mir dazu. Dann wird es hier eine Verlosung geben. Und zwar wird es diese Verlosung auf YouTube geben und auf Instagram. Das heißt, wenn ihr eure Chancen verdoppeln möchtet, dann macht gerne auf Instagram auch noch mit. Ich glaube, ihr hört meine Waschmaschine, oder? Tut mir leid. Dann macht gerne auf Instagram noch mit. Mein Instagram-Profil ist oben im Bannerverlang, verlinkt und unten in der Infobox auch. Genau. Und zwar verlose ich da ein Monatscoaching-Paket. Das hat normalerweise einen Wert von 150 Euro. Da haben wir dann drei einstündige Coaching-Sessions zusammen. Und das verlose ich an eine von euch, dass sie sich einen Monat lang kostenlos zum Thema ihrer Wahl von mir coachen lassen kann. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, also an der Verlosung hier bei YouTube, dann, wenn ihr mögt, schenkt dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen hoch. Teilt das Video sehr, sehr gerne mit euren Freundinnen, wenn sie vielleicht auch an der Verlosung teilnehmen wollen. Und schreibt mir bitte einen ganz, 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 ganz lieben Kommentar. Darüber würde ich mich freuen. Und dann lose ich das aus. Ihr könnt teilnehmen bis Sonntagnacht, also Muttertag, 24 Uhr ist dann Schlussstrich. Und dann lose ich da nächste Woche aus und schreibt die Gewinnerin an. Und wie gesagt, wenn ihr eure Gewinnchance verdoppeln wollt, dann könnt ihr auch auf Instagram teilnehmen. Und dann habe ich auch noch anlässlich des Muttertages ein spezielles Angebot. Das ist etwas, was ich so wirklich normalerweise überhaupt nicht mache. Und zwar ist das eine Coaching-Session. Ich mache sonst nie nur eine Coaching-Session. Aber ich weiß, es gibt Leute von euch, die sagen, hey, ich will mir einfach mal meine Probleme nur so von der Seele reden. Ich möchte das mal loswerden. Und ich möchte so ein, zwei kleine Tipps von dir speziell auf meine persönliche Situation, was ich da tun kann. Und genau das ist das Angebot. Eine Coaching-Einheit. Das heißt 60 Minuten, egal ob per Telefon, per Skype, wie auch immer. Oder persönlich, wenn ihr hier in der Nähe seid, für einmalig 30 Euro. Das wird es so günstig nie wieder geben. Und auch sonst werde ich dieses Angebot nie wieder machen, weil ich eigentlich nur Coaching-Pakete habe. Also so eine einzelne Coaching-Session gibt es bei mir normalerweise nicht. Und dieses Angebot ist auch wirklich nur ab Muttertag eine Woche. Das heißt vom 13.05. bis 20.05. könnt ihr so eine einzelne Coaching-Einheit für 30 Euro bei mir buchen. Dazu einfach unten in der Infobox meine E-Mail-Adresse verlinkt. Dort einfach hinschreiben. Es sei denn, ihr seid in meinem WhatsApp-Verteiler. Dann habt ihr auch meine Handynummer. Da könnt ihr mir auch darüber schreiben. Und dieses spezielle Angebot für den Müttertag bei mir buchen. Genau. Ich wünsche euch jetzt viel Erfolg, wenn ihr bei der Verlosung teilnehmen möchtet. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch auf Instagram vorbeischaut und euch für den WhatsApp-Coaching-Input anmeldet, um da auch an der Verlosung teilnehmen zu können. Und ansonsten wünsche ich euch Sonntag einen wunder-, wunder-, wundervollen Muttertag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!